Wichtige Platina, sorry, aber Sex ist wie mir einfach das Ein und Alles. Nein, nicht unbedingt. Also ich finde, man sollte oft genug Sex haben, damit man auch irgendwo die Körpernähe hat und dass es auch harmoniert. Weil ich finde, das macht auch viel aus, weil wenn du beim Sex auch harmonierst, harmonierst du auch im Alltag miteinander. Auf jeden Fall. Ja, Sex ist richtig. Oh ja, ich liebe Sex. Du denkst, es ist unbewertet, weil Sex in der Beziehung ist sehr wichtig und kann man nicht zu viel machen. Wenn ich ihn so attraktiv bringen will, will ich schon täglich recht viel Sex haben. Ich will es mir einfach passen, dass das Bein mir passt. Nicht zu wenig, aber auch nicht so viel, dass man in meinem Kammerbuch. Für eine gute Beziehung finde ich Sex schon wichtig, aber für mich hat es nicht den Prioritätsstatus Nummer 1. Ja, wenn Sex nicht passt, dann passt es dann gar nicht. Also das geht ganz schnell.